Mami, hilf mir! Ihnen steht eine schwierige Reise bevor. Auf stürmischer See. Und oft wird es für Sie nicht einfach, den richtigen Weg zu sehen. Aber Sie sollten wissen, es gibt kein richtig oder falsch. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Auf hoher See müssen Sie das Geheimnis eines wachsenden Schreckens lüften, um dem absolut Bösen zu entrinnen. Und fünf vom Pech verfolgte Passagiere retten. Ob Sie Erfolg haben, stimmen ganz allein Ihre Entscheidungen. Schnelle Entscheidungen? Mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand. Oder umgekehrt? Entscheidungen, deren Konsequenzen manchmal auf sich warten lassen. Doch es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Oko. Gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017